Hallo, mein Name ist Matthias Gent, ich bin der Vorsitzende der Landjugend Rheinland-Nassau. Wir befinden uns hier auf der Deuler in Bad Kreuznach, wo in den nächsten beiden Tagen der Landesentscheid im Berufswettbewerb der deutschen Landjugend stattfindet. Im kommenden Video möchten wir euch ein paar kurze Eindrücke dieses Wettbewerbes zeigen, um euch Appetit auf mehr zu machen und in der Hoffnung, dass ihr dadurch dann beim nächsten Mal hochmotiviert dabei seid und euch den Aufgaben und Herausforderungen dieses Wettbewerbs stellt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.